Musik Oh komm komm Bakura Warum sieht das so komisch hier Reifen ist fast eingedrückt Im Boden So wo fahren wir jetzt hoch Da hoch Den Weg haben wir gleich Wir haben es gleich geschafft Wir müssen nach links Direkt fahren Ah 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 Nein nicht wieder nach unten Nicht wieder nach unten Ey man ich komm da nicht mal hoch Es ist doch mal zu schaffen oder Oder doch Oder nicht Das sehen wir jetzt So ich muss ja nach hinten Nein Nein nicht schon wieder Ey Das ist doch eine Kacke Guck mir nicht so an Oh man Oh man Ich will aber da hoch Genau da Räut ja immer noch Genau die Stelle hoch Warum bin ich nicht gestorben Ey Wäre voll unlogisch Ist doch alles Kacke Bei Bakura alleine Auf dem Werk Ja natürlich Bin meistens mal alleine Da und hier Und überall Ja Ist doch mal ein Quad Und gehe woanders hoch Dann haben sie mal die Schnauze voll davon Boah ich komm mir mal näher Jetzt guckst du mich so komisch an Warte mal Warte mal Warte mal Komm mal her Komm mal her Ich geh mal auf dein Dings drauf Das war gerade gut Das war gut Ja So vorsichtig Fahr drauf jetzt Mach ein bisschen runter Ne Ein bisschen mehr runter Steh mal so ein bisschen An der Klippe hier Ja wir kommen jetzt hoch Auf den Berg Mein Quatsch Ne Hydra Nein Ah scheiße Nochmal Nochmal Mist Da rollst du es schon wieder Ey Ich hab nur Probleme wieder Mit diesem Berg Ich hasse diesen Berg Der ist immer so hügelig Wo ist der denn jetzt Da Komm her Du bist Du bist ja Du musst schon an der Kante stehen Irgendwo Vom Berg Hier Hier ist gut Wo ich bin Ey das wird nix Muss ich anders machen Komm mal hier Genau hier hin Dann spring ich drauf Genau da Wo ist der denn jetzt Mit so einer Hydra Komm schnell schnell Ich rutsche runter Zu spät Ey ich suche mir jetzt Einen anderen Weg Da hoch Hydra ist explodiert Ey ich suche mir Einen anderen Weg Da gehen wir nochmal hoch Boah erstmal hier hinten weg Komm Aber ich hasse dieses Grundstück Quattfahren ist auch ein bisschen blöd So wir treffen uns alle auf dem Berg Mit dem Quad Hallo Tom Ah toll Unfall Jetzt hat er mich überfahren Ey Ich hab doch ein Quad gesagt Warum kommst du mit einem LKW Versteht das nicht Wenn ich Wenn es euch nicht so gut geht Dann verlasst doch die Lobby Und nicht vernünftig mitmachen wollt Das ist doch gar nicht so schwer Da hoch zu kommen Musst du zu schaffen sein Ja hol deinen Quad Und dann treffen wir uns Oben auf dem Berg So ist wohl nur Einen anderen Weg Der ist so schlecht Der Weg hier Ich wäre schon fünfmal oben Wenn ich einen anderen Weg genommen hätte Wow der war gut Ja natürlich Kann gut stunden Okay stunden nennt man das Ja natürlich stunden Ist meine Welt Okay glaube ich dir mal Musst du Und du musst mit mir spielen Ja natürlich Spiel doch mit dir Siehst du Was war das denn Das ist nur ein Strich in der Landschaft Ja weil du erst nicht gehört hast Ganz einfach Ich hab gesagt Alle Ein Quad Und was hat dann jemand Ein Auto Und Mats hat ja auch ein Auto Und GoBall auch Ich weiß nicht Was daran so schwer ist Ah jetzt komm ich ja nicht hoch Auch wenn das Fahrzeug Kaputt gegangen ist Dann bestellt man das Irgendwieder neu Komm ich da nicht hoch Das ist doch gar nicht so schwer Da hoch zu kommen Und kein Motorrad Ist ja kein Quad Und deutlicher kann ich ja nicht Sprechen Vielleicht noch bestürbieren Aber das braucht ja nicht jeder Jetzt komm ich ja nicht hoch Warum auch immer Ich muss ein bisschen so Schlangenkurven machen Dann komm ich da hoch Ich muss nur einen Gehweg finden Jetzt kommen die alle mit dem Hubschrauber Warum auch immer Äh man Warum holt ihr Keinen Hubschrauber Äh Keinen Quad Warum seid ihr mit einem Hubschrauber hier Heute haben die alle schlechte Ohren Ich weiß nicht Warum hast du einen Hubschrauber Warum holst du keinen Quad Na ich weiß das nicht Heute Weil der ist so So das war's Mein lieber Zuschauer Schön dass du eingeschaltet hast Jeden Tag kommen zwei GTA Online Freunden raus Am Stück Einmal auf der PS3 Und einmal auf der PS4 Und Freitag das News Video Was wir am Wochenende machen Und was für Projekte ich demnächst starte Wenn du dabei sein möchtest Dann schau in der Videobeschreibung vorbei Da ist ein Link zu das Inforegel Video Wie die Regeln sind Und wie die Crew Kleidung Und das Crew Auto ist Und schau auch mal in der Kanalbeschreibung vorbei Da steht das Programm der Woche drin Was wir jeden Tag hochladen Oder was ich demnächst für Projekte starte Wenn du noch mehr sehen möchtest Dann schau in der Playliste vorbei Da habe ich eine ganze Menge für dich Werde jetzt auch Frag den Dead Pictures machen kann Schreib Hashtag Frag den Dead Pictures Zusammengeschrieben Da kannst du mir jede Frage stellen Und sei kreativ Ich werde sie in einem Video Was ich demnächst hochlade Beantworten Und wenn du Ideen hast Dann schreib Hashtag Ideen Da kannst du mir Deine Ideen schreiben Wenn du Rollenspiele hast Oder auch andere Sachen Wenn du mich unterstützen willst Dann kannst du es gerne tun Das würde mich sehr freuen So das war's Danke dass du eingeklickt hast Bis zum nächsten Mal Tschau mein Lieber